Eure Majestät, dies ist mein Erbe und ältester Sohn, der unser Land gegen die Eindringlinge aus dem Norden verteidigte und mit seinem Schwert Stichbluter besiegte er Tausende unserer Feinde. Verehrte Majestät, ich präsentiere meinen ältesten Sohn. Er versenkte die Wikinger-Langschiffe und mit seinen bloßen Händen vernichtete er 2000 Feinde. Lang, Dingwall! Ich präsentiere meinen einzigen Sohn, der belagert wurde von 10.000 Römern und er tötete eine ganze Armada und zwar ganz allein mit einem Arm. Mit einem Arm steuerte er das Schiff und mit dem anderen hielt er sein mächtiges Schwert und besiegte eine ganze Angreiferflotte. Lügen! Was? Das habe ich gehört. Na los, sag's mir ins Gesicht! Oder fürchtet ihr euch, ihr einfältig lächelnden Hans Wurste, wollt vielleicht euer hübsches Haar nicht zerzausen? Wenigstens haben wir Haare! Und all unsere Zähne! Wenn dann Winze drucken näher der kleinen Baumann oma! Hä? Hä? Wonigstens Sayers Schiff Show Show Show